Nach dem schrecklichen Unfall von Wolfgang Gammer ist die Bestürzung in der Motorradszene enorm. Der 43-Jährige kam am Sonntagabend im Mühlviertel zu Sturz. Er und sein Mitfahrer, sein langjähriger Mechaniker Michael Reiter, waren auf der Stelle tot. Gib Gas dort, wo du jetzt bist. In den sozialen Medien nehmen Freunde und Wegbegleiter nach dem tragischen Unfalltod Abschied. Der 43-Jährige aus Efferding gehörte in den vergangenen Jahren zu den schnellsten Bergrennfahrern Europas. Anfang des Jahres, kurz nach seinem 43. Geburtstag, gab er überraschenderweise seinen Rücktritt bekannt. Er wollte sich mehr aufs Kickboxen und Cabriofahren konzentrieren. Doch das Leben machte dem Efferdinger einen Strich durch die Rechnung. Bei seiner großen Leidenschaft verlor er am Sonntagabend sein Leben. Die Trauer um die beiden ist enorm. Unfassbar, ich wünsche dir eine gute Reise und lach das Krachen da oben. Du wirst deine Strecke da oben finden, heißt es in den sozialen Medien. Oder, mach's gut, Wulfi, danke für die vielen tollen gemeinsamen Runden und vor allem Gespräche, die ich mit dir haben durfte. Es war nicht nur Party und Rennfahren deine Stärke, du warst viel, viel mehr.